Grüezi miteinander. Ich bin Rob Spence und das ist der... ...Charleston Guellar. Braa! Braa! Ja. Und wir kommen zurück zum Schweizerdeutsch-Anfänger. Und jetzt haben wir, glaube ich, über 400? 400 Wörter bekommen und wir haben die beste 250 rausgeholt. Ja. Also, fangen wir an mit Schimpfwörter. Weichei oder Warmduscher? Mimöseli. Verdammt nochmals. Gopferdelli oder Gopferdami oder Gopferdstutz. Frecher Junge. Lusbwerb. Ach... Was? Okay. Weibliche Streithaar. Lampengritten. Lampen. 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 Hahaha. Sie klingeln. Gibt es das überhaupt? Blöde Zige. Blöde Zwatschge. Blöde Zige, nochmals. Klöpfgeiss. Blöde Kuh. Dumme Kuh. Tolle Frau. Ist ein geiles Sau. Hahaha. Fuck. Hashtag me too. Du faule Sau du. Du faule Sau du. Wo ist das? Valis? Das hört nicht. Meine Frau sagt das. Was? Eine Nervensäge. Glöckliberg. 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 Glöckliberg? Was? Glöckliberg. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Das ist ein Nasenberg mit Glöckliberg. Glöckliberg. Ich stelle mit Fuss und Nasenberg. Das ist so. Ach nochmal? Okay. Eine Nervensäge. Sürmöl. 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 Woher habt ihr? Sag es nochmal? Eine Nervensäge. Sürmöl. 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 Das ist ein Haferkäs. Sorry, sorry. Das ist wirklich ehrlich. Nein, hast du das nicht gehört? Nein, Haferkäs. Du machst das Haferkäs. 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 Sagen wir es jetzt. Mund. Müh oder Schnurren. Hartschnurren. Einer der zu viel spricht. Schnurri. Ja, keine Ahnung. Sind wir. Ja, genau. Plaudern. Schnädere. Ist das wirklich? Schnädere? Schnädere, ja. Schnädere. Ein Vollidiot. A dummi Schnurri. Ich finde es toll. Ich finde es toll, ja. Ich höre das immer von meiner Frau. Rob, halt die Klappe, du bist ein dummer Schnurri. Dummer Schnurri, ja. Und sie hat total recht. Äh, weiter! Ohne Unterbruch zu sprechen. Schnörnerpflüteri. Wow. Das ist gut, ne? Schnörnerpflüteri. Das ist eigentlich süss. Schnörnerpflüteri. Yeah, der Schnörnerpflüteri. Oh, yeah. Harte Klappe. Hält die Schnurren. Ja. Okay. Mundharmonika. Kannst du Deutsch? Ja, ich kann, aber es ist so... Warum haben wir sowas? Okay, Mundharmonika. Es ist ein Schnurrengeiger. Das ist so falsch. Schnurrengeiger. Es ist gut, es ist lustig. Es ist gut. Müde. Auf die Schnurren. Ja. Es reicht mir. Ich habe die Schnurren voll. Finde ich auch ganz, ganz... Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe die Schnurren voll. Genau, es macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja. Mund ist voll und ich bin jetzt... Ich habe satt. Es macht ja so Sinn für eine Prostituierte. Ja, ich habe den Mund. Ja, total. Ich habe die Schnurren voll. Ja, dann hat sie. Völlig. 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 Ja, das ist so. Ja, das ist so. Ich habe auch die Schnurren. Nein, kann man nicht. Also... Angeber. Bluffer. Gibt es viel zu viele.